Heute ist, wie man unschwer erkennen kann, wieder Reisetag. Wir haben uns doch umentschieden und übernachten nicht zwei Nächte. Sondern verbringen die nächste Nacht in einem Bus. Und wo es hingeht, erzählen wir gleich. Musik 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 Gerade sind wir im Mahabandula Park, der ist in Downtown Yangon und da gibt es ganz viele alte Gebäude aus der Kolonialzeit und auch eine Stupa, die in der Mitte von so einem Kreisverkehr stehen. Wir fahren nachher noch zum Golden Rock nach Chai Tiju, um genau zu sein. Dort ist nämlich ein riesiger goldener Stein auf einem Berg. Wir fahren die ganze Nacht über fünf bis sechs Stunden dorthin, um beim Sonnenaufgang das Ganze in einer schöneren Atmosphäre noch genießen zu können. Wir sind auf dem Weg zur Busstation. Wir suchen jetzt nach einem Taxi und haben uns auf einem Markt verirrt. Ja, nicht verirrt, wir haben Sachen gekauft. Wo sind die denn? Ja, hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch schnell was zum Rinken kaufen und dann kann es losgehen. Jetzt haben wir uns ein Taxi geschnappt, denn der Busbahnhof liegt etwas außerhalb. Wir brauchen da circa zwei Stunden hin und haben mir 10.000 Shat gezahlt. Das sind umgerechnet 7 Euro. Genau und vom Busbahnhof nehmen wir dann einen Bus, den haben wir im Vorhinein gebucht. Das macht man am besten über den Leiter vom Hostel oder die Leiterin. Und mit dem Bus geht es dann bis nach Chaiti, das ist die Stadt. Andere Länder, andere Sitten. Genau und vom Busbahnhof nehmen wir einen Bus, den haben wir im Vorhinein gebucht. Besser gesagt, die Chefin von unserem Hostel, wo wir bleiben, die hat das für uns gebucht. Die sind da immer ziemlich hilfsbereit. Und mit dem Bus dauert es ungefähr sechs Stunden bis nach Chaiti, das ist die Stadt am Tal von dem Berg, wo der goldene Stein ist. Und von da muss man dann umsteigen in so ein einfaches Transportmittel, in so einen kleinen Bus. Das soll auch sehr abenteuerlich sein, da sind wir auch mal gespannt. Und von da geht es dann hoch bis kurz vor den goldenen Stein und dann muss man nur noch ein Stück laufen. Und wir hoffen, dass wir es zum Sonnenaufgang dann schaffen, da zu sein. Aber ihr seht es ja dann morgen hautnah. Und da geht es ja dann, da geht es ja dann, da geht es ja dann. Das Taxi hat uns gerade am Busbahnhof rausgelassen und der ist größer, größer als ich dachte. Hier ist total viel los, wir sitzen gerade in der Wartehalle, auch wenn die leer ist. Da wurden wir gerade abgeholt und einfach hier reingesetzt, unser Ticket wurde getauscht. Wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Wir sitzen jetzt im Bus und gleich geht die wilde Fahrt los. Wir wurden schon eingestimmt mit der passenden Musik hier vorne. Man merkt schon, die Stimmung hier im Bus ist ausgelassen und alle, die da sind, feiern es richtig. Man merkt wahrscheinlich, dass der Nachtbus ist. Unsere Reise probieren. Unser Licht haben wir selber gebastelt. Der Bus ist jetzt losgefahren. Wir werden jetzt ein bisschen die Augen zumachen und freuen uns schon, euch morgen dann die Aufnahmen von Golden Rock zu zeigen. Auffernере auf den Kopf. depth auf den Kopf. in Bis zum nächsten Mal.